Für die Seite haben wir halt auch ein modulares System. Es geht los, dass wir da Lösungen für Kanister haben, für Schaufel, Beile und so weiter. Hier unten wird das Ganze abgestützt. Innerhalb von zehn Minuten ist das Ganze demontiert oder umgebaut, wie auch immer. Wir haben hier schon den Raster, den sieht man von hier. Man hat die Möglichkeit, das Ganze frei anzuordnen. Kommt auch nicht im Konflikt mit den Elektrodosen, die von INEOS ja schon verbaut sind.